Hallo Leute, wie ihr seht, heute mal ein etwas ernsteres Thema. Ich hab keine Lust mehr. Es ist ein Problem. Das weiß ich. Aber die Projekte, die ich momentan am Laufen habe, die sind... Nee. Nee, Leute. Da hab ich wirklich keine Lust mehr. Und ich will es nicht abbrechen. Nun, viele von euch haben ja bestimmt mitbekommen, ich hab einen neuen Channel schon mal aufgemacht. Der heißt Comment Let's Play TV. Ich kann den ja mal ganz kurz hier suchen. Moment. Es ist ein ernstes Thema, aber... Diese Channel, die ich jetzt so gemacht habe, die finde ich einfach... Den finde ich nicht mehr so toll. Ich würde hier jetzt einfach mal alles nochmal wieder löschen. Ja, und... Dann... Hier nochmal auch neue Projekte machen, die mir Spaß machen. Ganz ehrlich, ich finde es schade, das alles wieder... Sozusagen... Aufzugeben, aber... Ich hab so ein schlechtes Bild auch bekommen. Ich kriege jetzt noch massenhaft Kommentare... Zu meinem Pokémon Chaos Black oder meinen ersten so Silver-Ports... Dass ich da so scheiße war irgendwie. Es stimmt ja auch, meine Let's Plays waren da nicht so gut. Aber jetzt mit In-Game-Sound, jetzt ist das alles viel besser. So... Und jetzt schreibt mich gerade jemand an... Pfff... Sorry, Leute. Ich glaube, ich mach hier weiter. Comment Let's Play TV. Ich geb euch den Link. Punk-Hacker-Gott wird übrigens trotzdem bestehen bleiben, ja. Gut. Dann danke fürs Zuhören. Ciao.